Das ist ein neuer Klassiker, aber fährt noch wie ganz normale Fahrzeug echt. Ich glaube, es macht dir Spaß. Du machst jetzt Probefahrt und sag mir Feedback, wie gefällt dir das? Vielleicht nehmen wir den heute noch mit, wenn wir hier Kredit aufnehmen. Der Aachen hat das meiste Geld. Ich habe hier meinen Abschlipper. Hallo Arme. Wir hatten schon. Auf geht's. Wohin geht's? Ja, immer gerne. Links, rechts. Wie du möchtest? Wie du vor? Also, der liebe Jenna hat für uns heute eine Vorbereitung, oder was heißt eine Überraschung für uns. Und ja, wir gucken uns an, was die Überraschung ist. Ich zeige dir eine Sache von unserer Kinderzeit, das Fahrzeug, welche kennen wir schon Jahre lang. Und das ist sehr, sehr gut so. Ganz, ganz selten. Sieht optisch wie normal aus, aber das ist sehr, sehr selten. Aber du weißt, wenn ich schon hier bin, du weißt, letztes Mal war eine Ferrari am Start. Das ist eine andere Liga. Das ist nicht eine Ferrari-Liga. Ist egal, aber sehr interessant. Aber die Ferrari durfte ich auffahren, den wenigstens kann ich auffahren. Ja, ja, ja. Du darfst alles. Wir müssen immer Probefahrt raus. Also übrigens, Jenna hat auch jetzt YouTube. Wir werden auf jeden Fall seinen YouTube-Kanal hier verlinken. Und er ist selber Rennfahrer. Ja. Und wir werden, also wir sind auch von ihm eingeladen im Nürburgring August. Wenn wir auch am Start sein. Ah! 5. 7. August bist du da? Ja, das ist 5. 7. August. GT Masters im Nürburgring. Herzlich Willkommen. Und ich zeige dir ein bisschen Motorsport-Feeling. Feeling, Leben. Dann, Jenna, kommst du auch einmal. Also beim Kampf ist er sowieso immer herzlich eingeladen. Und dann zeige ich mir einmal Jenna. So. So Backstage. Guck mal, was ich kann. So, guck mal. Sieht so aus wie ganz der Mann. Ich mag Box auch. Oh. 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 Zeichen. Kennst du schon? Brabus. Brabus. Und kenn zeichen Kupfand. 7. Das ist ganz, ganz selten, dass ein Gamma-Deck mit 7,3 Motoren, aber noch von Brabus zu tun. Nur mit 7,3 Motoren, ein Gamma, waren nur 24 Stück gebaut. Nur 24 Stück insgesamt vom Werk. Wo liegt ein Auto zum Beispiel bei 300.000. Und das ist absolut sehr seltenes Fahrzeug. Gibt es keine Autos auf dem Markt, was zu verkaufen? Geil. Das ist 7,3 Motoren. Ach so, das Kennzeichen ist so interessant? Genau, deswegen habe ich das Kennzeichen 7,3. Das ist 7,3, aber von Brabus umgebaut. Und in diesem Auto gibt es nur 24 Stück auf der Welt? Nein, AMG. Also AMG nur 24 Stück. Und Brabus drei, vier Stück. Ach so, das ist noch seltener. Noch seltener. Das ist noch guter. Also 24 Stück AMGs, wie ich verstehe. Also 24 AMG-Motoren und drei Stück Brabus-Motoren, die original von Brabus umgebaut wurden. Das ist sehr seltener. Wir haben auch mit Brabus gesprochen. Ich habe gesagt, das ist ganz seltener. Das ist sehr interessant. Das ist das Youngtimer. Das ist ein neuer Klassiker. Aber fährt noch das ganz normale Fahrzeug. Echt? Ich glaube, es macht dir Spaß. Du machst jetzt Probefahren. Ja, gerne. Und sag mir Feedback, wie gefällt dir das? Ja, vielleicht nehmen wir den heute noch mit. Ja. Wenn wir hier Kredit aufnehmen. Und der Aachen hat das meiste Geld hier. Eben. Ich habe dir damals... Ich wollte schon sagen, viele Leute haben doch keine Dosen. Keine Dosen, Alter. Keine Dosen, Alter. Super. Aber Dankeschön auf jeden Fall dafür, sehr sehr lieb von dir, Dankeschön. Auf jeden Fall, der Wagen ist nicht vorkommen. Denner ist der Dankeschön-Trenner. Hier sind wir... Wann kommst du? Nächstes Mal? Nächstes Mal kommen wir beim Jürburgring. Gerne. Ich bin dir auf jeden Fall dankbar, dass wir eine Runde drehen durften. Danke auf jeden Fall dafür. Und ja, ich würde sagen, lass unsere Kleinigkeit essen. Und dann geht's schon auf, wir gehen einmal die Jungs abgucken. Nee, das war rechtlich. Ja, hat Spaß gemacht. Also wir haben mal gucken, ob der Bauer hat, aber der hat wirklich Bauer. Das ist genau. Ich habe falsch gesagt. Der hat 42 Stück produziert. 42 Stück? Ja, ich 24. 42 Stück produziert. Aber der neue Preis war 340.000. Der hat nicht. Wir haben besser korrigiert. Bevor gleich jemanden Auto-Experte und wieder was kommt. Ja, wenn er sagt, das geht was falsch. Ja, aber ja. Dann sind ja alle Experten. Genau. Ciao. Ciao. Ciao.